Guten Tag und herzlich willkommen mitten aus der Pampa. Ihr seht, ich sitze irgendwo mitten im Grünen bei wunderschönem Frühlingswetter und bin jetzt quasi wieder zurück aus einem kleinen, spontanen Osterurlaub. Denn die letzten Tage war es ja ein bisschen ruhiger auf dem Kanal. Ich habe mir gedacht, lass das Ganze jetzt mal ein bisschen lockerer angehen, genieße ein bisschen den Frühling und ja, gönne mir eine Kleinigkeit. Und genau darum soll es jetzt heute eigentlich auch gehen, weil das ist so ein bisschen, ja... Ich wollte es euch einfach jetzt schon mal vorstellen, bevor dann mein Geschenk, was ich mir selber gemacht habe, quasi irgendwann bei mir einzieht. Denn das, was ihr jetzt hier seht, ist ein ganz kleiner und quasi neugeborener Kater. Und dieser Kater wird, wenn er ein bisschen älter ist, weil er jetzt momentan noch bei der Mietzemutti ist, ja, ein bisschen später im Laufe des Sommers bei mir einziehen, wenn er alt genug ist, um die Mutter zu verlassen. Aber ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach heute schon mal ein paar Bilder, damit ihr euch auch schon mal genauso drauf freuen könnt wie ich. Und irgendwann, wenn der Kater dann da ist, dann gibt es auch tatsächlich mal wieder ein Katzenvideo auf dem Kanal. Super, oder? Den Namen hat der kleine Kater übrigens noch nicht. Das heißt, falls ihr irgendwie eine Idee habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf, die ganzen Vorschläge zu sehen. Vielleicht wird es ja einer davon. Ja, damit bin ich eigentlich schon fertig für heute. Das war jetzt ein sehr kurzes Video. Deswegen würde ich sagen, ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Katzenbilder und bedanke mich schon mal für jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar. Und bin gespannt auf eure Namensvorschläge. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.